Hallo meine Lieben, ich habe Ü-Post bekommen und die packe ich jetzt mit euch aus. Und die möchte ich jetzt mit euch auspacken. Jetzt habe ich meine Schere liegen lassen, ich bin sofort wieder da. Tada! Ja, und zwar habe ich einmal von der lieben Virginie was bekommen, das werde ich jetzt direkt aufmachen. Das ist nämlich sehr gut verpackt. Ach, wie lieb! Das ist lieb! Gut verklebt hat sie es. So, einmal eine kleine Karte. Merry Christmas. Hursüße, ich wollte dir hiermit eine kleine Aufmerksamkeit schenken. Ich wünsche dir schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2018. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Virginie. Bekommen habe ich von der lieben eine Tuchmaske, Strahlkraft, Pink, Grapefruit und Vitamin B3 für müde Haupt. Hier ist noch die Karte festgeklebt gewesen. Und ein Kinder-Mimix. Ich mag Kinder-Süßigkeiten ja ganz gerne. Ja, und dann habe ich noch Post bekommen von der lieben Naddels, von Naddelswelt. Das ist dann das hier. Das packe ich jetzt auch mit euch auf. Wir haben meine Tochter und unseren Eltern was zu Weihnachten geholt. Und ja. Oh, alles nochmal extra eingepackt. Und eine Karte. Oh, das duftet aber schon richtig gut. Tust du bitte ruhig? Nein. Nein. Herzliche Weihnachtsgrüße und alles Gute im neuen Jahr. Hallo, meine Liebe. Ich wünsche dir und deiner Familie ein tolles Weihnachtsfest und ein schönes Jahr 2018. Bleib bitte, wie du bist. Hab dich, lieb Mann. Vielen lieben Dank. Ja, ich bleibe auf jeden Fall, wie ich bin. Und da wird sich nichts dran ändern. Glaub mir. Das ist toll. Also ich kriege jetzt schon, oh, das mache ich mir heute Abend in meine elektrische Duftlampe rein. Ich hoffe, das ist auch für elektrische Lampen geeignet. Oh, wie schön. Das ist, könnt ihr das sehen? Ich spiele mal. Das lässt sich nicht so gut oder gar nicht fokussieren. Will nicht. Ich weiß auch nicht. Ich muss mich verstecken. Was ist das? Ah, jetzt. So. Und zwar Dufti bei Gieß. Und das riecht so toll. Vielen lieben Dank. Also das riecht wirklich total lecker. Da freue ich mich drüber. Schauen wir mal hier das nächste. Ihr seid heute sehr gesprächig, muss ich sagen. Ja, ja. Okay. Da habe ich jetzt wieder eine schöne Maske. Dann Was ist das? Avancée Plus Flawless Effect Skincare Anti-Shine Matchifying Im Loosen Ach, ein Primer ist das. Ein Primer. Und nochmal eine kleine Maske. Dann habe ich hier noch ein kleines Päckchen. Ich mache mal das auch auf. Ach, wie lieb. Ein Kneipps Badeset. Das finde ich ganz toll. Ich habe nur keine Badewanne. Ich habe nur eine Dusche. Aber ich finde es toll. Da kann man bestimmt noch irgendwie was anderes mitmachen. Ich muss jetzt mal riechen. Da haben wir nämlich Tiefenentspannung Stressfrei und Haut Mandelblüten Hautzart Tiefenentspannung riecht sehr, sehr gut. Da ist Lavendel drin. Ne, gar nicht wahr. Patchouli und Sandelholz. Ich dachte, das wäre Lavendel. Jetzt muss ich doch nochmal gucken. Weil ich mag Ich habe vom Patchouli auch Räucherstäbchen. Aber die riechen ganz anders als hier jetzt. Ich denke mal, weil das Sandelholz noch mit drin ist. Das riecht echt gut. Dann Stressfrei Mandarine Orange Die Düfte von der Orange Also das richtige Neroliöl Das ist sehr, sehr gut gegen Stress. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Oh, das riecht himmlisch. Ich Also Mandarine Orange Das riecht himmlisch. Oh Mensch Ich muss gucken, was ich da mache. Ja, und dann gibt es noch das Mandelblütenhautzart. Oh, ich sehe das gar nicht raus. Manchmal bin ich ja schon ein bisschen dappisch. Das riecht aber auch ganz nett. Also das Mandarine Orange, das wäre mein Favorit. Und Tiefenentspannung mit Patchouli und Sandelholz auch. So, hier das hier, das ist okay. Na So, das ist okay. Ist ganz gut. Ja Vielen lieben Dank euch beiden für die tolle Ü-Post. Ich freue mich. Euch habe ich auch was geschickt. Ich hoffe, euch gefällt meine Ü-Post auch. Und ja Nun werde ich ja gucken heute Weihnachten. Ich meine ja genießt den Tag einfach. Genießt die Ruhe. Genießt die Besinnlichkeit. Genießt die Zeit mit der Familie. Und lasst euch einfach gut gehen über die Feiertage. Entspannt ein bisschen. Und ja kippt kaum. Habt noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nachmittag wann ihr mir das Video schaut. Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund. Bis dann. Bis dann.